Wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu wohl einer kleineren Spezialausgabe. Ich bin hier bei uns im Hof, es ist Samstagmorgen, übrigens 20 vor 8, nee, 10 vor 8, sorry, moin, hängen meinen Vierhexel drauf, heute Morgen ins Fotoshooting. Gestern Abend um halb 6 habe ich eine WhatsApp bekommen, dass ich heute Morgen bitte da sein soll. Wahrscheinlich werde ich den hier laden, da hier vor dem, oder das kurze Heck, das hier vor dem LKW rausguckt. Einfach nur um Bilder zu machen, gehe ich mal auszufallen, ich hänge jetzt wie gesagt meinen Vierhexel drauf, dann putze ich, putze ich, ist das nicht putze ich, ich habe keine Lust, sorry. Sauber, dann hänge ich meinen Dolly dran, wobei ich noch gar nicht zu 100% weiß, ob der wirklich geladen wird oder nicht. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das so passiert. Aua! Alles gut, alles gut, alles gut, irgendwas anderes erwartet? Nee, oder? Ich wollte es nur ein bisschen dramatisch machen. Dritter denken. So, mache meine Verkabelung, meine Schlauch, meine Schläuche, mache ich dran, meine Leitungen und dann, ja, mal anrufen, was Sache ist. Ich habe jetzt gewaschen. Das ist er von hinten. Habeck ist gerade zusammengefahren. Jetzt ist er drei Meter breit, der Apparat. Wie gesagt, ich hole jetzt nochmal einen Dolly und dann laden wir den Bagger. Ah, der läuft schon. Ah, der läuft schon. Ah, der läuft schon. Und hierher. Jetzt will ich mir revel aus, was ich seid. Ja, das ist nichtksam. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.